Soweit also die Pressekonferenz. Florian Bauer, unser sportpolitischer Reporter. Was ist Ihr Eindruck? Greifen wir das mal auf. Die Agenturen sagen, es habe nun also offenbar keine eindeutigen Beweise für den Stimmenkauf der WM 2006 gegeben. Sehen Sie das auch so? Ja, es tut mir leid. Ich glaube, ich müsste mal ein bisschen das Kommunikationsgebäude des DFB hier zum Einsturz bringen, zumindest aus meiner Sicht. Also wenn es heißt, es gibt keine klaren Beweise für Stimmenkauf, dann mag das in kleinen Teilen wahr sein. Aber genauso wahr ist, dass es viele, viele Fragezeichen und Hinweise auf möglichen Stimmenkauf gibt. Also ich meine, wir haben eine 10 Millionen Schweizer Franken Überweisung nach Katar, die übrigens erst nach 10, 15 Minuten wirklich hier in dem Vortrag eine Rolle spielt, wo ich mich frage, wofür ist das Ganze gewesen? Warum sollte Geld nach Katar überwiesen werden? Moment, wir reden aber über die WM 2006. Wir reden über die WM 2006 und wir reden hier darüber, dass nach der Vergabe 2000 Geld überwiesen wurde. Aber trotzdem, das ist nicht ungewöhnlich, kann es ja gewesen sein, dass man rund um die Vergabe der WM 2006 an Deutschland sich abgesprochen hat und dann eben das Geld später geflossen ist. Also nochmal, als dieses ominöse Konto 2002 eröffnet wurde, da sind ja die Würfel schon gefallen. Da war schon klar, Deutschland bekommt die WM 2006. Sie sagen, gut, die Stimmen sind vielleicht doch gekauft, das Geld ist nur hinterher geflossen. Das halten Sie nicht für ausgeschlossen? Weil wir wissen ja einfach, wie das Prinzip bei eben diesen WM-Vergaben in der Vergangenheit immer war. Und wir müssen ja zumindest die Frage stellen, warum sollte der deutsche Fußball, ich lasse es mal noch relativ offen, 10 Millionen Schweizer Franken nach Katar überweisen? Auf ein Konto von einem Unternehmen, das nach dem, was ich weiß und was ja auch hier vermutet wird, Mohamed Binamam, einem der einflussreichsten Mitglieder des FIFA-Vorstandes zu geordnet hat. Also was meinen Sie, warum? Es sieht aus meiner Sicht so aus, dass man hier versucht hat, Geld an jemanden zu überweisen, der im Weltfußball ein Strittenzieher war. Und eins muss man da ja auch schauen, das ist eben auch nur in ganz kleinen Teilen oder ich glaube gar nicht hier erwähnt worden, aber man kann es in dem Bericht nachlesen, den ich eben natürlich nur schnell überfliegen konnte. Die Überweisung von Franz Beckenbauer, der ja teilgenommen hat an diesem Geldkreislauf, auch das ist eben nur in ganz kleinen Teilen so am Rande erwähnt worden aus meiner Sicht. Es ist das erste Mal, dass wir wissen, dass Franz Beckenbauer offenbar entgegen seiner bisherigen Aussagen an diesem Geldkreislauf teilgenommen hat. Und diese Überweisungen sind getätigt worden mit dem Vermerk, Überweisung Erwerb von TV- und Marketingrechten Asienspiele 2006. Warum sollte von einem Konto von Franz Beckenbauer und Robert Schwan, seinem juristischen Berater, sechs, beziehungsweise am Ende zehn Millionen Schweizer Franken überwiesen worden sein, ich glaube es waren dann sechs Millionen, Richtung Katar? Das mit dem Hinweis Asienspiele, die im Jahre 2006 in Doha dann auch stattgefunden haben. Das ist also eines der großen Fragengebäude, die da weiterbleiben und das ist ja nicht das Einzige. Das Einzige was? Es ist ja nicht die einzige Frage, die Richtung Stimmenkauf geht, denn es gibt ja weiterhin den Vertrag mit Jack Warner. Dieser Vertrag ist offenbar, das wurde eben auch klar gesagt, teilweise umgesetzt worden. Also das ist für mich ja der zweite Hinweis auf etwas, wo zumindest das Fragezeichen eines Stimmenkaufs im Raum steht. Und der dritte Punkt ist, es gab einen Ordner im DFB, FIFA 2000. Dieser Ordner ist ausgeliehen worden von einer Mitarbeiterin von Wolfgang Niersbach. Sie sagt, sie habe diesen Ordner nicht absichtlich verlegt. Na dann stellt sich die Frage, wer hat diesen Ordner, wenn ihn Wolfgang Niersbach hat, warum hat er ihn verlegt? Oder zumindest fragt man sich, was stand in diesem Ordner drin? Also Sie sagen, auch nach diesem heutigen Tag ist die Sache einfach nicht geklärt. Es gibt noch viel zu viele offene Fragen. So, bis hierhin, wenn wir da mal eine Zäsur setzen, welche Konsequenz kann das jetzt haben? Einmal, sagen wir mal für Franz Beckenbauer, gibt es da zu dieser Personalie noch irgendwas zu sagen? Ja, also aus meiner Sicht muss Franz Beckenbauer ganz klar in der Öffentlichkeit weiterhin die Frage beantworten, was ist mit den 10 Millionen Schweizer Franken passiert? Warum ist von seinem Konto Geld auf ein Anwaltskonto in der Schweiz überwiesen worden? Und dieses Geld wurde dann weiter transferiert nach Katar? Ich meine, das ist ja eine eindeutige und eine sehr leichte Frage, auf die er ja eigentlich auch eine leichte Antwort geben kann. Wenn er diese Antwort nicht geben kann, glaube ich, könnte es eng werden, nicht nur in der öffentlichen Wahrnehmung, sondern es gibt ja auch so etwas wie die FIFA-Ethikkommission, die wird sich diese Dinge sicherlich anschauen. Und dann könnte er, wenn ich das noch sagen darf, am Ende dieses Jahres tatsächlich auch gesperrt werden für jegliche Fußballaktivitäten, möglicherweise sogar lebenslang. Weil er sich ja auch nicht sehr kooperativ zeigt mit dieser Ethikkommission, ist das nicht so? Mit der Ethikkommission hat er sich im letzten Jahr nicht so besonders kooperativ verhalten. Das ist dann im Nachhinein wohl anders gewesen. Aber das lassen wir mal dahingestellt sein. In diesem Falle hat er sich ja mit dem DFB, offenbar haben seine Anwälte zumindest reagiert. Insofern könnte man ja eine Antwort erwarten. Und die würde ich schon auch in den nächsten Wochen von ihm erwarten. Schön, das wäre natürlich schön, wenn wir das bei Phoenix dann auch reinreichen könnten. Zur Personal hier Wolfgang Giersbach. Gut, er ist ja zurückgetreten. Aber natürlich stellt sich schon die Frage, was ist mit dem Ordner passiert, FIFA 2000? Warum hat er offenbar die Hinweise, die es, wenn man dem Glauben schenken darf, was wir heute gehört haben, die Hinweise sowohl von Stefan Hans, dem ehemaligen Vize-Generalsekretär, und Helmut Sandrock, dem ehemaligen Generalsekretär, ja beide nicht mehr im DFB jetzt, warum hat er die Hinweise nicht ernst genommen und hat tatsächlich also im Juni letzten Jahres nicht klaren Tisch gemacht, hat das nicht an die Öffentlichkeit direkt gebracht, hat es nicht an das Präsidium direkt gebracht? Diese Fragen muss er sich natürlich gefallen lassen. Und dann könnten natürlich dort auch noch mögliche Schadensersatzforderungen an ihn. So, was sollte der DFB denn jetzt noch tun? Wahrscheinlich aus DFB-Sicht heraus gar nichts, weil die haben ja dieses Wirtschaftsinstitut jetzt beauftragt auch. Da ist eben gerade auch in der Pressekonferenz gefallen, ja warum haben sie sich nicht selbst angezeigt? Also wäre es nicht auch möglich, theoretisch zumindest, wenn man so eine Art auch Ermittlungsverfahren da einleitet? Also ein Ermittlungsverfahren von staatsanwaltschaftlicher Sicht ist eher ausgeschlossen. Ich habe heute Morgen nochmal mit der Staatsanwaltschaft in Frankfurt auch telefoniert. Dort gibt es ja bisher das einzige Verfahren, das geht gegen die drei Personen TO20er, Horst R. Schmidt und Wolfgang Niersbach, wegen möglicher Steuerhinterziehung in schwerem Falle. Da geht es darum, hat man eben möglicherweise diese Rückzahlung 6,7 Millionen verschleiert, das wissen wir, dass das offenbar so war. Und das könnte am Ende zum Entzug der Gemeinnützigkeit für den DFB führen. Dann müsste der DFB möglicherweise 25 Millionen bis zu 25 Millionen Euro zurückzahlen. Und ich kann mir schon auch vorstellen, dass der DFB dann auch schaut, woher das Ganze bekommt, das Geld. Er hat ja in Hamburg bei einem Institut eben auch schon sich diese Ansprüche erstmal so weit, dass sie nicht verjähren, sichern lassen. Und da wird in jedem Falle noch etwas kommen. Insofern bleibt schon die Frage, ob entweder der DFB weitere Ermittlungen anstellt mit Freshfields dann auch. Aber so, achso, sieht es danach aus, meinen Sie? Im Moment erstmal nicht. Im Moment erstmal nicht. Ich glaube auch, dass diese Freshfields-Untersuchungen viel, viel Geld gekostet haben. Und ich frage mich auch, ob der DFB das veröffentlichen wird, wie teuer diese Untersuchungen waren. Und ob er möglicherweise eben weitere Untersuchungen anstrengen wird. Oder ob das eine externe Behörde tun wird, das kann ich mir eher nicht vorstellen. Also, nochmal, also entweder Freshfields recherchiert noch weiter, oder? Oder die FIFA-Ethikkommission geht einzelnen Personen nach oder macht sogar einen Gesamtkatalog auf, wie man das ja auch bei der Vergabe der Weltmeisterschaften 2018 und 2022 an Russland und Quartar getan hat. Das kann ich mir allerdings, ehrlich gesagt, im Moment noch nicht vorstellen. Aber es wäre denkbar, dass die FIFA-Ethikkommission sagt, wir strengen eigene Untersuchungen an rund um die Vergabe der WM 2006 nach Deutschland. Das fielte ich für extrem spannend, weil die FIFA wissen, hat da genug Geld. Und insofern wäre dann schon fraglich und interessant zu sehen, wie viel da dann rauskommt. Millionen Gelder sind verschleiert worden vom DFB. Darüber haben wir noch keine Auskunft bekommen. Florian Bauer, ganz herzlichen Dank für Ihre Einschätzung. Vielen Dank.